Moin, meine Freunde der Sonne und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Hearts 3. Ja, in der letzten und vorletzten und vorvorletzten Folge, auf jeden Fall, wir sind ständig dabei, Leute von der Organisation 13 zu verkloppen und genau das werden wir jetzt auch wieder machen. Viel Spaß. Aqua, Ven! Sora! Oho, da müssen wir direkt mit der Wutraum starten. Eieieiei. Gefährlich, auf jeden Fall. Ja, da braucht man natürlich den Hasardeur, falls man das überhaupt so ausspricht. Ich habe es zumindest immer so gemacht. Einfach, ich weiß auch gar nicht genau, was das bringt. Also, ich habe immer das Gefühl, das macht mehr Schaden. Ich weiß auch nicht. Oder mehr Durchschlag. Schwierig zu beurteilen. Man verliert auch gefühlt nicht mehr so viel Leben. Aber, naja, immer wenn man es auch stocken will, dann kostet das halt auch eine Menge Leben. Insofern, nicht immer die beste Idee. Ja, also Terra kriegen wir auf jeden Fall gleich. Weißt du auch Terra, oder? Dachte ich. Äh, den kriegen wir auf jeden Fall gleich down. Das ist nicht mehr so lang. Wir haben auch gleich nochmal eine Magie-Leiste voll. Ja, noch ein kritischer Treffer. Ja, vorsichtshalber mal aktiviert. Heal ist da. Ja, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt angreifen kann. Wahrscheinlich nicht, ne? Aber ich greife gerade auch den Falschen an. Macht aber nichts. Finale. Und jetzt wird es witzig. Okay, genau. Klatsch hier erstmal alles ab. Und jetzt direkt das Piratenschiff hinterher. Yeah. Boah, das mag ich voll. Ich finde es auch mega, dass man das so früh freigeschaltet hat. Es ist nur hier jetzt ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ob ich da überhaupt was treffe. Also ein bisschen. Aber nicht viel. Ja, ist schwierig, weil die Map hier relativ groß ist. Es ist nicht so einfach, da zu treffen. Ja, du triffst mich nicht. Ja. Ja, du triffst mich nicht. Also, bitte. Äther. Also langsam. Was? Noch ein Hit? Komm schon. Das kann doch nicht sein jetzt. Zack. Gott, ey. Wunder, dass der so lange überlebt hat. Und der nächste. Wuhu. Aha, der reitet auf den Schlüsselschwertern. Ich weiß nicht, wie wir am besten an den rankommen. Oh, oh. Ah ja, danke. Da kam auf jeden Fall der Heal. Ja. Also da kann man echt schlecht reinspringen. Oh, da ist er ja endlich, ey. Ja, aber ja, alles andere, das wäre halt Unsinn. Aber der stirbt jetzt eh jeden Moment. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt bei der Phase schon hinbekommen. Ja, doch. Sehr gut. Das war eine kurze Runde. Die anderen Kämpfer haben etwas länger gedauert. Das war eine kurze Runde. Ich bin ein Stück von Ventus, der wurde weggebracht. Und du bist ein Stück von Ventus, der muss sich wieder sein, um wieder zu sein. Also, warum sollte du und ich nicht so genau das gleiche sehen? Du definierst mich, Sora, gleich wie Ventus macht. Wir sind Brüder, die zusammen machen eine größere Hölle. Dann warum wirst du nicht bei unserer Seite? Insofern mit der Dunkelheit? Weil ich die Dunkelheit bin. Und ich bin bei deinem Seite. Ich bin die Shadow, die du hast. Wie viel dichter könnte ich sein? Aber ich habe... Aber ich habe nicht... Aber ich habe nicht gefragt, dass das. Dass wir zusammenfassen, schön und nett sind. Wir sollten frei sein, zu wählen. Nicht nur Licht, nicht nur Dunkelheit. Wir entscheiden, was wir sind. Aber... Ventus... Ich habe mich entschieden, wer ich bin. Siehst du? Und was du bist, ist die Dunkelheit? Was ich bin, ist die Dunkelheit. Okay. Wie ist das okay? Bonitas? Es... Was war dieses... Du hast... Part 1... Du hast... Jetzt schnau ich Kraft. Das ist so warm. Ohら... Entrichted. Der Sanfte ist nun dieser Dank, Ich suche einem Fellbecarter. Woine ist es das? Terra! Aqua, Ben... Terra, bitte, zurück! Terra! Terra, deine Freunde sind hier! Terra! 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 You have to fight the darkness! You'll never be able to break these chains. They're our bonds. Terra! You have no power over me! Stop, Terra! Please, stop it! Farewell. No! Terra... I kept my promise. Oh! You fell to the darkness! Oh! You fell to the darkness! One day... I... Will... Set... This... Right... One day... I will set... This right... I will return to this land... And protect... My friends! Terra! Now! I'm gonna return to this land... That's right! You're on your floor now! I'm gonna return to this land here! You're on your floor now! Now! Qua! Fenn! Terra? Ist es du? Ja. Du hast nie verholt, auf meine Weg zurück. Du bist hier. Ich habe auch gehört, Venn. Du hast mich gefunden, wie du hast. Danke. Aqua und Ventus brauchen eine Rest. Terra, schau sie nach ihnen. Nein, Sora. Ich werde auch. Das ist das, was er will. Für uns machen wir ein Fehler. Wir stellen uns in Gefahr. Sora, geh. Wir werden mit dir zusammen. Genau. Ich habe das. Und wie wir das schaffen werden. Schon Nacht? Hm, sieht ganz so aus. Aber hier erstmal kurz Zwischenspeichern. Jo, überschreiben. Aber wir machen noch ein bisschen weiter. So viel Zeit haben wir jetzt ja auch noch nicht verbraucht. So, gucken wir mal, was da oben auf uns wartet. Oder wer da oben auf uns wartet. Riku, your majesty. Uh-huh. Sora! About time. Sorry. Zemnas! Where's Kairi? Wait, is she in trouble? Ja, Zemnas! Ja, Zemnas took her. Settle down, boy. It's Sora! The Thirteen Darknesses and Seven Lights have clashed nine times, yielding these nine keys. Keys? We are four short, but those four keys will be produced here and now. Yeah, sure. And what makes you think there'd ever be any way we'd help you with that? Sir, you forget I plan for every eventuality. Hmm, 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 hmm. Dann bin ich mal gespannt. Oh Gott, da sind ja auch einige Gegner noch mit am Start. Ja, die ganzen weißen, also die Typen mit dem weißen Haar, ich kann mir die Namen nicht merken. Xemnas, Seanord wahrscheinlich, ne? Und Ansem. Aber ich kann die nicht so eindeutig zuordnen, weil es einfach, ich finde es so verwirrend, weil die so ähnlich klingen und... Also wenn, wenn ihr das könnt, ja, Hut ab. Ja, Alter, übertreib doch, Digga. Ja, kannst du vergessen. Ihr wird nicht surreendert. Aufgeben ist keine Option. Oh, Alter. Ja, wir müssen, glaube ich, nur einmal irgendwie eine Cutscene packen. Oder einen von denen besiegen. Ich glaube, danach geht es echt voll klar. Kann ich mir vorstellen. Ja, okay, das ist jetzt definitiv der Falsche. Oh, 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 das wird eng. Ich weiß auch gerade nicht, ob das der... der ist, den wir eben hatten. Machen wir mal noch die Wutform. Bringt auch noch ein bisschen Zeit. Oh, Heilung ist da. Auf jeden Fall, das ist gut. Gut. Oh, ich bin befesselt. Ich weiß. Boah, lass mich in Ruhe. Na, jetzt kommen die Schlüsselschwerter wieder. Fokustrank auf jeden Fall. Beta. Okay. Boah, ja, man kommt einfach so schlecht an die ran. Und er hier ist, glaube ich, auch keine gute Idee. Ich würde lieber einen anderen nehmen. Genau, ihn hier. Der hat nämlich nicht mehr so viel Leben. So, genau, machen wir noch Lufthoheit. Und dann hat er auch nicht mehr ganz so lang zu leben, denke ich. Aber einmal, oh ja, nice. Ich habe gedacht, einen Skill kann er noch machen. Was ist so funny? Ich habe dir gesagt, es gibt einen hohen Preis für alles. Und was soll das sein? Ich gehe zurück zu meinem Zeitpunkt und lebe meine Leben. Aber, Sora, du bist jetzt fertig. Was ein dummes Schwätzer. Als ob. Boah. Alter. Kommt einfach nicht durch. Also hier fliehen vor den Schwertern. Das klappt mittlerweile ganz gut. Aber, ja. Das ist halt echt. Echt übel. Was da alles ankommt, ey. Lieber Schwan, ey. Ja, er ist noch ein bisschen schwächer. Also schwächer nicht, aber stärker geschwächt. Hiata. Hat das noch? Nein, das hat nicht geklappt. Okay. Gut. Das ist so krass. Aber so krass, wie schwach die Heilung ist. Das wird echt noch ein knapper Kampf, glaube ich. Ja, bei nur einem, ich glaube, dann geht es echt. Wobei ich das Gefühl habe, die werden von Mal zu Mal irgendwie stärker. Wie weniger die sind. Machen wir ein Heilpotion. Komm, Alter. Gönn dir die Heilpotion. Äh, Heilpotion. Nicht Heil. Ich weiß, dass du ein Herz hast. Was fühlst du? War es wert? Ich fühle mich. Ich fühle mich. Du siehst du? Ich fühle mich. Ein Herz ist einfach krass. Krass ist, dass es menschlich ist, Xemnas. Tja, einen haben wir noch. Wie gesagt, es ist so unlogisch. Es reißt sich einfach so aus der Story jedes Mal raus. Und dann kommt man nochmal in diesen Kampf rein und... Ach, das ist so... Einfach so blödsinnig. Ja, ich kann einfach da nichts machen. Hm, sobald ich wieder dran bin... Ja, zwei, drei Hits und dann kommt wieder eine andere Animation. Das ist echt krass. Ich kann so viel Schaden einstecken. Aber ich finde halt, die Skills von ihm sind halt schon ziemlich massiv. Also von den anderen bisher waren nicht so gut. Deshalb habe ich mir ihn halt auch bis zum Schluss aufgehoben. Weil der einen immer nochmal rausreißt. Ja, aber jetzt gerade? Ich weiß nicht, wenn man einen Eimer hat... Ich glaube, dann geht's, oder? Ich weiß es nicht so genau. Schwert zu sagen. Wir machen das Finale direkt. Ja, ich weiß nicht. Ah, kommen wir an den ran? Ja, also ich sag mal, ich habe die Animation zwar jetzt gecheckt, aber ich ignoriere sie einfach. Immer schön draufhauen, das muss reichen. Oh ja, oh ja, komm. Perfekt, wir haben ihn. Ansem. Ansem. Was ist eine Reise, die du und ich hatten. Du kennst. Du kennst. Es ist verrückt. Ich denke, ich werde dich vermissen. Ich weiß, dass ich nie eine Chance habe. Einige von mir wollte defyten meinen Geist. Aber als die anderen uns verletzten, ich finde, dass ich nicht interessiert. Und dann... Nichts ist mehr wichtig. Ansem... Was? Es ist Zeit, weiter zu gehen, Junge. Es gibt mehr zu suchen. Also geht's jetzt und es suchen. 12 Beispiele haben wir jetzt. Ich habe nur noch eine andere Seite. Jetzt, Sora. Die Schmerz und Licht sind der finalen Verlust. Oh Kyrie you require motivation Kyrie Why her Why I have done it Your majesty Riku Hmm Now The Keyblade Roar Will finally reach its conclusion Ah The Keyblade is complete Kingdom Hearts I call upon your true form Open now And show me the world to come Oh 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 Ich habe ihn nicht geholfen. Wir haben gedacht, dass du ein paar mehr Halbepunkte kannst. Donald? Was? Goofy. Capricorn, du kannst nichts ohne uns tun. So? Jetzt riechen die Teile. Und gehen wir zum Master Xehanort. Ja. Aber... Er regelt die Kingdom Hearts jetzt. Und Kairi. Du bist Angst? Oh, Leute! Sorry, dass wir so lange dauern. Wir hatten ein paar Plot-Punkte, die brauchten Schrauben. Hm? Master Xehanort. Er hat es gemacht. Er hat die Kingdom Hearts abbauen. Also, was jetzt? Wir haben noch eine Hoffnung. Ihre Majestät, Riku, bist du okay? Wir sind gut. Ja. Was Hoffnung? Es ist Xehanort. In der Mark of Mastery-Exam, wir haben gelernt, dass er das Raum kann und Zeitraum überräumieren. Er ist ein Portal. Und wir können das nicht um ihn beschränken. Hm. Aber es wird nicht einfach sein. Aqua. Riku. Ich brauche beide deine Unterstützung, wenn wir die Sehanort aus dieser Welt werden wollen. Entstanden. Entschuldigung. Warte! Ich werde das tun. Was? Kingdom Hearts ist eine viel größere Gefahr. Ich mache Xehanort. Wählen Sie ihn ab. Genau. Hm. Okay, Sora. Ich habe das. Du kannst nicht vergessen. Ich habe das. Keine Kabel? Es ist nicht so, dass wir hier viel Hilfe werden. Hier. Shh. Ich habe das. 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 Untertitelung. BR 2018 It's beautiful. I'll buy it another time. Right. We need to find Master Xehanort. Yeah. We need to find Master Xehanort. We need 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 Master Xehanort.